So, wir reagieren heute auf ein Video von der lieben Clarissa, die auch die Fanpage von mir führt. Schöne Grüße an der Stelle. Sie hat ein Video zusammengestellt. Gäste Icon5 Vlog Line. Und die Erklärung ist folgendermaßen. Es folgen jetzt 20 Zitate aus den Icon5 Vlogs. Knast und Villa. Oh, Knast ist hart. Und ihr müsst erraten, welcher Künstler diese Line gesagt hat. Ihr bekommt auch Antwortmöglichkeiten. Boah, wie nett. Okay, komm, dann let's go. Ah so. Okay, ihr kriegt ein Zitat und vier Antwortmöglichkeiten. Nachdem alle vier Antwortmöglichkeiten eingeblendet wurden, habt ihr 10 Sekunden Zeit. Wenn keiner in den 10 Sekunden antwortet, verfällt der Punkt. Wer darf antworten? Die Person, die als erstes die Pause-Taste gedrückt hat. Man darf nicht schummeln. Okay. Warum mach ich nicht Pause? Ich bin nicht dran, ne? Ja. Okay, sie lebt... Aber warum steht er nach? Ach so. Er ist gerade und steht zu seinen Brüdern gerade und hat einen geraden P**** first. Nein, er ist gerade und steht zu seinen Brüdern gerade und hat einen geraden P**** first. Du bist durch. Du hast schon gesagt. Ja. Was sagst du? Ich sag B. Dann sag ich C, Bruder. Ist das ein Part, ein Satz in seinem Song? Nein, im Vlog. Nein, im Vlog. Bruder. Ja, dann war ich das. Ja, aber er hat den Punkt dann. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Wer hat Biggie gesagt? Ich. Du kriegst den Punkt. Warum? Guck. Er beendet den Satz. Er ist gerade und steht... Aber der Biggie sagt doch... War ich das, Gorda? Zu seinen Brüdern gerade und hatten gerade einen P**** first. Mein Punkt! Ey, Digga, ich dachte... Aha. Bruder, das Ding, du hast so viel Scheiße gelabert, du weißt ja, du kannst dich nicht mehr... Das ist das. Die geben sich KFC, die geben sich Burger King, McDonalds, alles Mögliche. Die schämen sich gar nicht. Aber dann trinken die Cola Zero und denken, die haben alles fit gemacht. Hä? Boah. Boah. Wer hat sowas gesagt? Shabab. Ja? Ich sag Shabab. Nein! Nein! Ich hab's ja schon gesagt. Nein! Ich sag, ich sag, ich sag, ich sag, Ozan. Ich sag Biggie. Nein, das war Ozan. Nein, nein. Machen wir eine Wette? Das war Biggie. Das war Ozan. Oh! Genau da an der Tür, wo wir da stehen. Boah. Weil Biggie die Cola Zero hatte, dann sagt der Ozan das jetzt. Guck, guck. Die geben sich Burger King, McDonalds, alles Mögliche, die schämen sich gar nicht. Aber dann kriegen die Cola Zero und denken ja alles. Das war doch da, wo ich die von Akawi geklaut hab. Stimmt, Digga. Habibi, wir kommen aus dem Gebüsch. Was gefährlich. Ist Icon. Ah! Ich weiß, wer. Ist das Icon. Darf ich schon sagen? Icon 5. Ich weiß schon, wer das gesagt hat, ohne Antwortmöglichkeit. Asu. Ja, safe. Ja! Du komm aus dem Gebüsch. Ja! Hast du grad Jam Jam gesagt, bist du völlig besoffen? Ich sag Jum Jum Jum. Wir kriegen hier nur das Beste vom Besten. Booster, der teure Scheiß. Mit deinem billigen Red Bull kannst du weggehen. Na und ich kack auf diese Asiatischen. Nichts gegen Asiaten. Ich sag auch Saki. Ich sag auch Saki. Wollte Milch trinken? Ah! Ja! So einfach! So einfach! Das war ich. Das war aus wie der WM Pokal 2006. Das war aus wie der WM Pokal 2006. Das war aus wie der WM Pokal 2006. Guck mal, ich verreckt. Gib mir... Gib dir mal diese Couch. Biggie. Ich sag Kali. Diese deutsche... Diese deutsche ist Biggie. Gib mal diese Couch. Gegen Icon 5 zu schießen, habe ich viel Angriffsfläche. Bayo. Zum Beispiel BZ seine Wackeltitten und wenn ich will, dass ich Sandro auf einer Flasche... Shabab! Nein! Das ist Bayo. Asu! Warte mal, Bruder. Das war ja das Battle zwischen Asu und Bayo. Ja. Aber das war im Vlog. Das war im Vlog. Stimmt. Das war Asu oder Bayo. Das war Asu oder Bayo. Das ist Asu. Dann Asu. 5 zu schießen, habe ich... Nein! Bayo! Ich sag doch! Wie zum Beispiel BZ seine Wackeltitten. Und wenn ich will, lasse ich Sandro auf eine Flasche sitzen. Ihr wisst doch ganz genau, dass es heute groß läuft. Ja, ich bin Bayo, oder? Yasin! Das war Yasin! Das war Yasin! Das war Yasin! Ja. Wie ist es das? Ja! Ihr wisst doch ganz genau, dass es heute groß läuft. Ja, ich bin im Fitness und ich kann auch heute hochdeutsch! Bruder, Kschäbäck! Nein, Mann, Colin! Was ist Colin? Ja, Colin. Safe Colin. Safe. Was für Stelko sein, Bruder. Ich hab kein Geld, Bruder. Bruder, das sagst du seit dem ich dich kenn. Ich hab heute auf mein Konto geguckt, da steht einfach, äh, Entschuldigung. Jenerlein 100 Euro. Ich schwöre um keine Internetverbindung, Bruder. Hey, hey, kein Hey. Richtig geil. Ist das aber nach Konto? Ich weiß, genau. Ehrlich? Hey! 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 Das war, wo wir die, ähm, Entscheidung Asu gegen Hasuna gemacht haben. Und danach mussten wir euch ja noch die, äh, Challenge für den nächsten Tag sagen. Und ich hab den einfach nass gemacht. Deswegen war der so abgefallen. Ich hab diese T-Shirt extra aufbewahrt, Bruder. Für eine besondere Challenge. Und ich dachte mir, Asu gegen Asuna, jetzt musst du diese T-Shirt anziehen. Und der macht den, die andere. Bruder, wir machen doch Deckung, Bruder. Deckungspizza. Wir machen doch Deckung, Bruder. Deckungspizza. Ich sag, ihr findet. Ich sag Rascha. Ich sag auch Rascha, ja. Ja. Weil Rascha hat ja immer diese, äh, zwei Pizzen gemacht. Stimmt! Aber Shabab auch! Ja, aber das war Rascha. Das war Rascha. Das ist ein Fake Rascha. Ist schon mal eine Pizza rein? Als Schutz und Deckung von anderen Leuten. Mach doch Deckung, Bruder. Deckungspizza. Ich würd' gerne. Ariel, die Meerjungfrau wird weg. Das war der Gute als Skandal. Das ist schon sehr 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 sehr. Weggehauen. Allein dies. Ist da Kali. Ist da Kali. Du warst das. Ariel, die Meerjungfrau wird weggehauen. Ja! Sprechen sie auf Deutsch, dann Leck Sack. Wer ist das? Infinite? Ich glaub Baré. Nein! Äh, ich glaub Azu hat das gesagt. Weil da, wo die mit diesem, äh, wegen Handydisplay telefoniert hat. Ja, genau da. Aber das war Baré. Ich glaub auch, das war Baré. Ja, dann, äh, sprechen sie auf Deutsch? Ja, dann legt er auf. Okay, dann Leck Sack. Du bist bei dir. Ha, 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 ha. Sie hat dieses Eis reingetan, weisst du mit was? Ey, Wallah, sie hat dieses Eis reingetan, weisst du mit was? Mit Spachteln. Ich will auch mal an die Gachter raus. Wollah, geil. Wollah, toll, geil. Wollah, todesgeil. Ey, ich sag dir ehrlich, wir müssen so ein Outro von uns machen. Ey, Bruder, hast du richtig geil gemacht, Clarissa. Ich küsse dein Herz. Danke für deine Mühe. Einfach Bruder. Danke für deine Mühe, danke für deine Einsendung. Chet, lass mal einmal Liebe für die Liebe Clarissa hier. Folg dir auf Instagram. Lass lieber unter dem Video da. Ich küsse dein Herz. Danke für das Video. Ciao, ciao.